Das ist eine Purgue d'Orange, sehr gut Produit, mit einer Bage d'Inviolabilité und einer Emballage totalemant recycelable. Eine grande Funktionabilité, das ist plus de Plaisir und Praticité. Wir machen jetzt mal wieder! Ja, große gamme der Konditionen, Fertig, Zeptik, Format variier, sehr adaptier, Positionement im Magazin. Ja, aber auch eine große Proposition imbalz, die Kapazität der Produkte, der A-Z, mit der Respekt des Referentiels des Cahiers der Chargen und der Reglementation in Vigur. Ja, wir entwickeln ein Produkt mit unseren Kunden, ein Verwerb, ein Verwerb, um zu garantieren die Konservation, in der Zeit, bis zur Konsommation finale. Eine Attraktivität der Emballage, der Respekt des Environments und ein Produkt innovant. Ah, eine Qualität opérationnelle, sehr opérationnelle. Ja. Eine Qualität Clienz, sehr orientée Clienz. Total. Jamais eine kurde Idee, nein, jamais! Sicherheit Alimentaire, eine Priorität. Große Implicationen des Personnels. Bref, die Qualität mit der LSDH-Attitude. Ja. 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 Richtig. Ja. 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 Ja.